hey leute willkommen zurück zu 45 kleiner tipp am rande das spiel hat eben bei mir oder ist bei mir im fenstermodus gestartet alt enter funktioniert da nicht aber 11 f11 und ja wir gucken mal ganz kurz hier im backpack weil da haben wir schon paar karten und es hat mich letztes mal am ende schon ein bisschen überrascht dass jetzt schaden auf einmal so angezogen hat ich habe mich ein bisschen vom spiel einlullen lassen gut aber dann weiß ich ja jetzt bescheid und damit diesen timer müssen wir mal gucken ich versuche das erstmal alles ein bisschen simpler zu halten so von den karten so was ja gut wir können jetzt wieder mit dir reden ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht wenn man diesen dialog einmal bekommt oder sind da irgendwelche informationen drin die sich verändern so damit kann ich halt jetzt noch nichts anfangen hier können wir noch mal reden aber er hat jetzt was für uns guarding angel bullet die ist eigentlich ganz cool gerade für solche big bullets habe ich halt nur eine von wir haben das silver bullet und glaube ich würde die trotzdem ja die kann ich ja das ist glaube ich eine ganz gute idee und da hätten wir direkt den shop der ist halt relativ egal da würden wir eine karte kriegen und da könnten wir uns heilen ja hier am anfang die heilung ist jetzt noch nicht so wichtig ich glaube so ab hier hier irgendwo fängt das an aber dann sind wir schon an der heilung vorbei ja gut dann werden wir okay das macht keinen unterschied da können wir noch karten einfach so mitnehmen da haben wir kämpfe und hier hat man direkt auch noch eine heilung ich würde dann vielleicht erst mal schauen man kann ja auch wieder zurückgehen also ist jetzt auch die frage ob das dann vielleicht besser wäre dann versuchen zu versuchen alles mitzunehmen bullet bullet war auch ganz cool die kriegen wir zurück also welche in slot 3 ist obsidian bullet wie in forst das ist auch ganz cool also dann können wir den kompletten schaden blocken auch wenn der wert größer ist als 10 ist halt relativ teuer bräuchte ich jetzt noch nicht aber gerade für später ich glaube ich nehme erst mal bullet ich kann mich schon wieder nicht entscheiden wir haben eine big bullet und mit guarding angel könnte ich die auch zweimal dann benutzen es wäre auch erst mal okay aber ich glaube trotzdem bullet bullet um einfach jetzt schon mal direkt mehr mehr karten zu haben mit denen ich schaden machen kann da ist ein shop den brauchen halt auch nicht dann gehen wir einfach hier weiter und gucken mal was es hier noch so gibt bullet 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 das ist krass plus 10 damage für alle normalen bullets und das wird ja natürlich dann auch ganz gut hier in kombination mit bullet bullet passen weil das sind dann halt alles bullet karten softpoint bullet das ist okay das ist andersrum wenn er über 50 prozent leben hat machen wir sechs schaden mehr vollett bullet bullet und turn in und turn begin you get poison ich glaube mich das wird halt schon das wäre halt schon besser sieht das erstmal ganz gut aus was so den schaden angeht und ich hätte halt gern noch irgendwie eine karte die dann komplett sämtlichen schaden weg blockt gut und was das hier jetzt ist er macht acht schaden also im prinzip könnte ich mir jetzt hier auch schaden fangen so ist es ja nicht weil da oben haben wir auch noch die heilung und so viel schaden kommt da jetzt wahrscheinlich eh noch nicht bei rum dann sollte ich erstmal schauen dass ich möglichst schnell hier wen erledige das passt halt jetzt auch noch nicht so wenn ich gar den angel bullet nehme und hier bullet bullet reinsetze und da bullet dann kann ich halt jetzt auch nicht angreifen deswegen werde ich das erstmal lassen und wir machen direkt schaden würde ich sagen ach du machst jetzt acht damage ja okay das war ein bisschen blöd aber ja egal das passt auf jeden fall noch auch wenn wir jetzt ein bisschen schaden kassiert haben will aber trotzdem möglich schnell eine ausschalten so das schon mal super dann nehmen wir bullet 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 beziehungsweise würde ich mir dann erst noch mal sparen reserve wäre halt noch eine maßnahme und dann nehmen wir hier einfach mal zwei normale bullets mit rein worker bullet lassen wir da erstmal noch und die hälfte hat er schon weg so er wird jetzt angreifen wir haben jetzt aber auch mehr möglichkeiten also bullet bullet könnte ich direkt wieder nehmen sind halt beide schon sehr sehr teuer ich müsste das eigentlich mal so machen dass ich halt überall normale bullets reinsetze und bullet 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 dann als letztes damit reinsetze so wir könnten jetzt mal schauen das war hier mit eventuell blocken dann machen wir das so das kostet direkt drei kann ich das denn im nachhinein noch ist die frage weil wenn ich das jetzt ich nehme es ja einfach zwei mal bullet noch und wir blocken den schaden so dann haben wir da eine worker bullet genau dann würde ich jetzt halt auch sagen wir nehmen jetzt hier noch eine bullet oh ja genau so genau so muss das laufen und ich hoffe das hat sogar ganz knapp gereicht so die würde ich mir jetzt auf jeden fall erst noch mal aufheben um als das maximum da raus ziehen zu können so was haben wir jetzt hier guarding angel bullet big bullet dann würde ich das vielleicht so machen dann haben wir da noch eine bullet und verschieße ich die jetzt auch schon oder okay das ist ja sowieso nur einmal da können wir da jetzt auch noch mal mit schießen ich habe halt hier so viele bullets aber trotzdem machen war und dann pack ich hier einfach noch worker bullet rein big bullet hebe ich mir dann erst noch mal auf wir schießen zweimal dann hat er noch 64 und belassen es erstmal dabei so 17 okay wir haben big bullet können wir den schaden fast komplett blocken also die können wir halt jetzt noch nicht erledigen ich könnte jetzt hier mal silber bullet noch nehmen und wir ziehen lauter bullets okay dann würde ich trotzdem sagen wir werden das jetzt einfach mal blocken so dann macht er jetzt nichts also plan ist halt auch erstmal zu sagen wenn zwei gegner sind okay ich werde jetzt möglichst schnell ein davon rausnehmen auch wenn ich ein bisschen schaden kassiere ist auf jeden fall angenehmer als wenn ich auf einmal beide habt und beide gleichen greifen in der gleichen runde an das wäre halt echt ein bisschen blöd das wäre natürlich schon wieder ganz gut hier mit wir schießen einmal dann würde ich ja fast sagen wir das wäre natürlich super aber im prinzip wenn ich jetzt hier noch mal bullet nehmen und dann bullet 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 dann ist das halt schon eine menge der mensch dann brauche ich nicht unbedingt hier burning weil das reicht dann ja auch schon um die zu erledigen und rotate brauche ich glaube ich nicht vielleicht sollte ich davon auch nicht so viele mitnehmen weil ich habe ja stehe worker bullet oder hier okay und place down das ist dann relativ egal die das bullet noch mehr noch eine größere damage war fottkantshell bullet oh flächenschaden 20 gut darauf würde ich dann verzichten also entweder nehmen wir die oder die die ist halt auch schon relativ teuer aber da machen wir direkt da ist halt echt eine menge schaden ich glaube ich nehme leaders bullet das wird glaube ich jetzt erstmal besser passen auch wenn man dann halt keinen flächenschaden haben aber moist okay dann wäre es ja jetzt eigentlich am besten zu sagen every time it turns heißt das auch wenn ich die verschieße oder okay das ist halt so ein bisschen ein bisschen blöd und auch jetzt hier big bullet 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 würde ich halt zumindest einmal schießen und ist halt echt die frage bei 16 damage sind halt auch nicht so wenig wir haben da halt auch noch eine heilung und teilung ist jetzt auch nicht so wenig ich glaube fast ich fange mir jetzt hier den schaden und versucht lieber möglichst schnell den 1 zu erledigen wir haben noch 18 leben und ich glaube letztes mal bei der heil option war das hier werden das irgendwie 18 gewesen gut da habe ich max hp genommen aber ja machen wir das so und worker bullet würde ich halt auch dann als letztes reinsetzen das hier ist natürlich so eine sache wobei jetzt einmal das so zu machen ist halt auch nicht das problem dann würde ich halt eher sagen ich nehme jetzt hier erstmal die ganzen bullets warte auf die nächste runde und dann spiele ich bullet 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 dann machen wir das so und du machst 12 damage aber ich versuche trotzdem glaube ich ok moment das sind halt die falschen äh warte für sowas für das hier das ist halt ein bisschen doof mhm 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 Langsam wird die Luft ein bisschen dünn. So, ich würde erstmal die hier nehmen. Schießen wir einmal. Und dann haben wir noch Big Bullet. Ich brauche mehr Reserve. Scorching Bullet. Okay, die gibt uns 10 Damage. Mensch, das ist ja echt unpraktisch. Das ist ja mal richtig unpraktisch. Okay, wir haben 4. Ich könnte auf jeden Fall. Ich könnte, ich könnte, ich könnte. Das kostet direkt 3. Das ist ein bisschen doof. Ich könnte eine Bullet einfach nehmen. Und damit einmal schießen. Und das sind 12. Ich würde, ich mache das jetzt so. Oh Gott. Ja, die Luft ist ein bisschen dünn. Das sind 12. Ähm, damit könnte ich jetzt einfach mal sagen, dass wir einmal schießen. Verdammt. Ähm. Nochmal schießen. Verdammt. Verdammt. Okay. Ich muss mehr darauf achten. Ähm. Was die Kämpfe von Modifikatoren haben. Das war in der Theorie so gut gedacht mit den Karten. Aber der Kampf war da halt wirklich extrem schlecht. Das war eine extrem schlechte Wahl. Na gut, dann machen wir nächstes Mal weiter. Das war jetzt einfach mal ein schnelles Ende. Gut, ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß. Das war es erstmal wieder von mir. Und bis bald. Bis bald.